Die Jubiläumsstaffel von DSDS mit Katja, Leonie, Pietro und der Pop-Titan ist wieder da. So, jetzt kommen wir zur Musik, oder? Jetzt gibt es Feuer hier. Richtig, richtig gut. Auf jedes Stolpern, jedes Scheiter, es bringt uns alles ein Stück weit. Deutschland sucht den Superstar. Samstag, 20.15 Uhr. Samstag, 20.15 Uhr.